Angenommen, wir befinden uns in einem Traum und das ist ein Traum voller Herausforderungen und Schwierigkeiten, dann wissen wir ja in dem Moment, wo wir träumen, nicht, dass wir träumen. Das ist ja nur beim luziden Träumen der Fall, dem bewussten Träumen, wo wir uns während des Träumens bewusst sind, dass wir träumen und dann sogar den Traum beeinflussen können. Ist es ja beim normalen Traum so, dass wir während des Traumes weder wissen, dass wir träumen, noch ist uns bewusst, dass wir eigentlich im Bett liegen und schlafen und träumen, sondern wir sind uns ja nur des erlebten, subjektiv erlebten Traumerlebens bewusst in dem Moment. Der Traum ist für uns die Realität. Wenn wir nun aufwachen, dann ist ja all das, was den Traum ausgemacht hat, in dem Moment, wo wir wach sind, ja nur noch ein Traum. Er hat ja dann für die Ebene oder das Sein oder das Leben oder was auch immer, in das wir dann erwachen, hat ja der Traum keine Relevanz mehr. Schmerzen, Begegnung mit Menschen, alle möglichen Dinge, die wir uns ausdenken können und vielleicht schon selber geträumt haben, all diese Dinge wirken vielleicht noch emotionale Zeit lang nach. Eventuell denken wir sogar noch mal über manche Momente des Traumes, wenn wir sie denn überhaupt erinnern, noch mal nach. Aber letztlich leben wir dann unser Leben in dem, in dem wir dann aufgewacht sind. Also das, wo wir jetzt sagen würden, das richtige oder reale Leben oder das wirkliche Leben, wo wir dann irgendeine Person sind, ein Mensch sind, der dies und dies Leben führt. So, nun kann man ja sagen, irgendwie das Aufwachen aus dem Traum bedeutet ja nicht jetzt das Ende. Klar, es ist das Ende des Traumes, aber es ist ja nicht das Ende des Gestaltens, des Seins, des Teilhabens, des Dabeiseins, sondern es ist einfach eine andere Ebene. Die meisten von uns würden sagen, wenn wir die normalen nächtlichen Träume nehmen, dass die Wirklichkeit, also das, in das wir erwachen, für sie umfassender, wirklicher ist. Es scheint doch dort eine andere Kontinuität zu geben. Angenommen, wir spielen ein Videospiel. Man kann sich ja so ein bisschen in die Zukunft versetzen und das sogenannte Metaverse, also sozusagen das Internet und Möglichkeiten im Internet in die 3D-Ebene, also in die räumliche Ebene unter anderem vergrößert oder erweitert. Da kann wir dann mit Brillen und anderen sensorischen Geräten, 3D-Brillen gibt es ja schon, können wir dann sozusagen eine 3D-Welt erleben. Und wir können uns ja vorstellen, dass viele Menschen, die ja jetzt schon sehr viel Videospiele spielen, für die ist es ja dann, wenn sie in dem Videospiel sind, ist das ja ihre Realität und nicht mehr die Realität, dass da jemand am Schreibtisch sitzt vor einem Computer und in einen Bildschirm starrt, sondern sie sind ja dann oder in dem Spiel gefangen oder eben sind von dem Spiel eingenommen oder erleben dann mit allen Sinnen, im Grunde ja nur mit dem Seh- und dem Hörsinn bisher hauptsächlich, dieses erleben. Und wenn sie dort dann einen Avatar haben, einen Helden, eine Figur, dann ist diese Figur, das, was sie dort in dem Videospiel, in der Welt dort erlebt, ist ja für diese Figur absolute Realität. Es gibt ja Spiele, wo man seinen Charakter über Jahre hinweg aufbaut, mit vielen Stunden, wo man sich dann in dem Spiel befindet. Und wenn diese Figur dann getötet wird, dann ist auch alles das oftmals, was man sich erarbeitet hat, weg. Deswegen besteht auch dort in einem Videospiel ein konkretes und lebhaftes und lebendiges Interesse daran, seinen Avatar am Leben zu erhalten. Wenn nun irgendwas passiert, was uns dazu bewegt oder zwingt sogar, mit dem Videospiel aufzuhören, wenn wir also quasi aus dem Spieler, aus dem Spieler, der sich mit seinem Avatar, mit seiner Figur identifiziert hat, wenn wir von in dem Moment aufwachen quasi, weil uns jemand ruft oder was auch immer, wir setzen die Kopfhörer oder die Brille ab, gehen vom Computer weg, dann wirkt auch dort natürlich das Videospiel noch nach. Vielleicht hatte man dramatische Spielszenen erlebt oder hat sich irgendwelche neuen Ebenen eröffnet oder neue Werkzeuge bekommen, was auch immer. Und das Gefühl wirkt natürlich noch nach und eventuell tragt man dann noch so durch die Gegend und denkt noch über das Erlebte nach und wie es dann weitergehen könnte. Nichtsdestotrotz ist man dann von der Spielebene gesehen in einer neuen Existenzebene, in dem wirklichen, in dem realen Leben als Mensch, der dann eben nicht ein Videospiel spielt, sondern der da als Mensch rum agiert. Und auch dort ist das Erwachen oder Aufwachen aus dem Videospiel nicht das Ende der Existenz, sondern es geht in einen anderen Seinszustand über. Nun sagen ja viele spirituelle Lehren und viele weise Lehrer und Lehrerinnen sprechen ja davon, auch der Buddha sagt das ja, dass auch das, was wir jetzt hier für das reale Leben, für die Wirklichkeit halten, dass auch das letztlich eine Illusion ist, nicht auf Wahrheit beruht. So ist es nicht wirklich, sondern es ist zusammengedacht und zusammengeklebt über viele, viele Leben und viele, viele Seinszustände hinweg. Und das ist quasi noch viel schwerer, könnte man sagen, aus diesem Traum zu erwachen, weil er schon so lange anhaltend ist. Wenn wir des Nächten träumen, dann sagen ja die Traumwissenschaftler, dass wir oft nur Sekunden oder Bruchteile von Sekunden sogar träumen. Lass es von mir aus auch ein paar Minuten sein, weil ja die Zeit- und Erlebnis-Ebene im Traum ja ganz anders ist, als dann in der sogenannten Wirklichkeit. Auch das ist ja mal ganz interessant zu durchdenken, wie die Zeit, wie das Zeiterleben sich auf verschiedenen Seinsebenen verändert, dass eben kurze Zeiten sehr lang erlebt werden können bis zu ewig und lange Zeiten sehr schnell erlebt werden können. Und was das eigentlich aussagt über verschiedene Bewegungen zwischen den Seinsebenen und auch damit auch mit unterschiedlichem Zeiterleben, was wir auch in diesem Leben natürlich alle schon kennen, dass das so ist. Also der Traum, der dauert vielleicht nur ein paar Sekunden und trotzdem kann der uns ganz schön gefangen nehmen. So ein Videospiel spielen wir vielleicht mehrere Stunden und auch das kann uns dann so einnehmen, dass wir vielleicht eine ganze Zeit lang brauchen, um wieder in die Wirklichkeit zurückzufinden. Aber wenn wir diesen Inkarnations-, diesen Lebenstraum leben, dann ist der ja auf jeden Fall schon mal so lang, wie wir jetzt am Leben sind. Also 20, 30, 40, 50, 60, 70 oder mehr Jahre. Und wenn wir den Gedanken der Wiedergeburt zulassen, wie auch immer das jetzt konkret vonstatten geht, dass wir nicht mit diesem Leben begonnen haben und mit dem Tod enden, sondern dass wir etwas anderes sind, was diese Zeit überdauert. Und dann können wir uns vorstellen, wenn wir mehrere Leben uns hinzudenken, wie lang dieser Traum ist und wie er dann uns quasi eingesponnen hat, ihn als Realität zu erkennen. Und dennoch, so sagen die Weisen, ist es nicht Realität, sondern es ist nur von uns subjektiv erdachte Realität. Dieser Gedanke ist schwer zu fassen. Andererseits ist es auch dort wieder, wer einmal, und das ist in der ersten Hinsicht eigentlich fast nur ein geistiger Prozess, einmal erwacht ist, der also darum weiß, dass das, was hier ist, nicht wirklich ist und doch so empfunden wird und gefühlt wird und gehandelt wird, auch der ist in gewisser Weise erwacht und ist dennoch Teil seiner immer noch vorhandenen Wirklichkeit als Mensch und als Person, als Ego, als Verstand, als Schmerzkörper, als Mensch mit Wünschen und Abneigung und Illusionen. Und dennoch hat das Erwachen stattgefunden. Es ist erkannt worden, wenn auch nur für einen Moment, der sich dann aber im Laufe des Lebens und der zukünftigen Leben immer mehr einbrennen wird, das hier zählt nicht wirklich. Das ist nicht die Wirklichkeit. Egal, was man mir auch immer erzählt und berichtet von anderen, die das für die Wirklichkeit halten, ist es doch immer nur deren Wirklichkeit und nicht meine Wirklichkeit. Und meine Wirklichkeit ist nicht wirklich Wirklichkeit, sondern Illusionswelt. Und wenn ich aus der Erwache und das ist, wie gesagt, erstmal letztlich ein geistiger Schritt, ein verschieben des Montagepunktes, so lässt es Carlos Castelleda, Don Juan sagen, dann sehen wir die Realität so, wie sie ist und können dann nicht wirklich länger dauerhaft daran glauben, an die Wirklichkeit, die vorher war. Wir wissen dann, ich gucke einen Film, ich spiele ein Videospiel, ich träume. Wir sind sozusagen, es ist kein luzides Träumen, es ist dann eigene Form des luziden Lebens. Wir führen unser Leben weiter fort und doch ist in uns eine Ahnung oder sogar ein Wissen oder sogar ein Erleben, das hängt ganz davon ab, was uns wacher macht, als wir das früher waren. Wo wir früher identifiziert waren mit der Person, mit unseren Handlungen, mit unseren Träumen, Trieben, Vorstellungen, Abneigungen, Ängsten, ist jetzt immer so ein Wissen darum, das zählt nicht wirklich, das ist letztlich nur ausgedacht, das ist eine Illusion, das findet nur jetzt gerade statt, so wie der Film, in dem wir uns verloren haben im Fernsehen oder im Kino, uns gefangen nimmt und wir ganz vergessen, dass wir im Kino sitzen, sondern voll in dem Film sind. Und auch da erwachen wir irgendwann, wenn der Film zu Ende ist, die Lichter angehen und wir rausgehen in die sogenannte Wirklichkeit. Und auch wenn wir hier erwachen, wenn uns halt bewusst ist, wie es im Film Matrix dargestellt ist zum Beispiel oder wie es in der Lehre des Buddha heißt, wenn wir die Fesseln an die Dinge und Prozesse und Bedingungen erkennen, die letztlich immer wieder die Wirklichkeit spinnen, in der wir uns verlieren. Wenn wir das einmal erkannt haben, wird uns das immer häufiger auffallen, aber damit ist ja unser Leben nicht zu Ende. Auch da ist das Aufwachen nicht das Ende, sondern der Anfang, weil wir dann das Leben mit einer ganz anderen Sichtweise leben können. Und vor allem wird uns ja immer mehr dadurch bewusst, es ist ja letztlich ein Entidentifizierungsprozess, der Träumer erkennt, dass er nicht der Traum ist und der Videospieler erkennt, dass er nicht nur der Videospiel, dass er nicht nur der Avatar ist und der Kinogänger erkennt, dass er nicht nur erlebter Teil des Filmes ist, so erkennt dann auch der Mensch, der von der Daseinsillusion erwacht, auch immer mehr die wahren Zusammenhänge. Ein Merkmal für sich selbst und für andere zu erkennen, ob diese erwacht sind oder im Prozess sind, ist immer, dass mit dem Erwachen eine Erkenntnis dessen einhergeht, dass es nicht nur für mich so ist, sondern für alle, auch wenn die anderen es nicht so wissen. Und dadurch entsteht automatisch, dadurch, dass man zurücktritt von seinem Ich, von seiner Ego-Identifikation, entsteht automatisch der Raum, der sich mit einem Gefühl der Verbundenheit füllt. Dieses Gefühl der Verbundenheit kann sehr vage sein. Es kann nur mal so aufleuchten. Es ist nicht wie ein ständiges Fühlen dessen. Das kann auch geschehen. Und doch ist es eine Verbundenheit. Und damit einhergeht natürlich, dass ich andere Menschen freundlicher, liebevoller, mitfühlender, bedenken, behandeln und besprechen werde. Und nicht grausamer und hasserfüllter. Also Erwachen führt immer auch zu einer liebevolleren Haltung, auch wenn es natürlich immer auch Ausnahmen und Extremfälle gibt, auch in diesen Prozessen wie in allen Prozessen dieses Universums und darüber hinaus. Was will ich eigentlich damit aussagen? Aussagen möchte ich damit, dass mit dem Erwachen oftmals auch eine Verwirrung einhergeht, weil man steckt sozusagen mit einem Bein noch im Traum und mit einem anderen Bein im Leben, um diesen Vergleich nochmal heranzuziehen. Aber man kann immer mehr auch mit dem zweiten Bein in die Ebenen des Erwachens wechseln. Und damit einhergeht auch das Bewusstsein, das zunehmende Bewusstsein, dass wir nicht sozusagen das sind, was wir denken, was wir sind, nämlich ein Körper oder ein Denker oder ein Beobachter, sondern dass wir etwas sind, was ich gar nicht in Worten definieren möchte, was im Grunde hier mit dieser Raumzeitverzerrungs-Illusionswelt identifiziert ist und das erlebt, so als würde es es wirklich erleben. Die perfekte 3D oder 5D Illusionswelt, Projektion, in der wir gefangen sind und auch nach dem Erwachen erleben wir weiterhin natürlich uns als Teil dieser 3-5D-Welt. Natürlich nur bei der vollständigen Befreiung, beim Eintritt ins Nirbana, beim vollständigen Wegfall jeglicher Ich-Illusion. Nur dann löst sich auch, auch die leben dann noch, wenn sie noch leben dann körperlich, auch das noch, leben auch dann noch mit dem Körper und so weiter und so weiter. Das muss man wissen. So und mit dem Erwachen beginnt eigentlich, es ist nicht das Ende, es ist der Anfang nämlich, nämlich das Leben liebevoller zu leben und diese Erkenntnis immer mehr zu erkennen. Denn dadurch wird uns klar, dass wir nicht unsere Gedanken sind, dass wir nicht unser Körper sind, dass wir nicht unsere Emotionen sind, dass wir nicht unsere Geschichte sind, dass wir nicht unsere Beziehungen sind, dass wir zwar an einem Teil haben, aber wir sind all das nicht. All das ist veränderlich und das, was wir letztendlich sind, ist eben nicht veränderlich. Und dadurch können wir erkennen, dass alles Veränderliche nicht wir sein können, sondern etwas ganz, ganz anderes ist. Und das können wir immer mehr sein. Und dadurch nimmt natürlich die Existenz Angst ab, die Todesangst, weil wir ja wissen, wir sterben gar nicht, sondern wir wechseln nur die Bühne, das Erscheinungsbild. Wir gehen durch einen Vorhang, wir gehen durch eine Tür, wir wechseln in eine andere Dimension. Und dieser Wechsel hat die Qualität dessen, wie wir unser Leben leben, wenn wir unser Leben liebevoll leben, freundlich leben, zu uns selbst, immer zu uns selbst, in Liebe und Freundlichkeit zu uns selbst und zu anderen Wesen, dann wird dieser Übergang ein liebevoller, ein sanfter sein. Das ist also auch ein guter Grund dafür. Und sich eben immer wieder bewusst zu werden, welchen Teil in mir möchte ich stärken? Den Teil des Erwachens oder den Teil der Illusion? Und dann werden wir immer häufiger den Teil des Erwachens wählen. Und dann wird uns das eben bewusst, dass wir all das nicht sind und dass daher auch wir eben auch keine Angst vor einem möglichen Wechsel, einer Veränderung haben müssen. Und natürlich auch die Geschehnisse der Außenwelt, also unseres menschlichen Lebens, natürlich auch nicht mehr so dramatisch identifizierend sehen können wie vorher, weil sie ja zum Spiel dazugehören, zum Traum, zum Videospiel, zu der Illusionswelt. Und dennoch sind wir immer noch Teil dieser Welt und sollten uns eben auch so verhalten, dass wir andere Wesen schonen und nicht schädigen. Und dazu gehört eben auch anzuerkennen und zu akzeptieren, dass die meisten Wesen nicht erwacht sind, nicht aufwachen, sondern träumen, in ihrem Traum, in ihrem Daseinstraum gefangen sind, gefangen bleiben und sich auch nicht einfach so aufwecken lassen, was auch nicht immer unbedingt zu empfehlen ist. Da muss der innere eigene Impuls eigentlich maßgeblich sein, auch wenn von außen immer wieder natürlich Impulse kommen können und sollten auch, dass wir sozusagen dann uns nicht irgendwie als besser fühlen als andere. Ist derjenige, der träumt, ein schlechterer Mensch als derjenige, der gerade aus dem Traum erwacht ist? Nicht wirklich. Im Grunde muss das Mitgefühl für uns, sollte uns bestimmen, dass diese Menschen eben dann noch in dieser Illusion weiterleben müssen. Aber wir haben eben die Möglichkeit, dann dieses Leben zu leben und eben auch als Videofigur, als Figur in einem Hollywood-Film oder in einem deutschen Spielfilm, in einer Serie, in einer Vorabendserie von mir aus oder in unserem Leben, was wir uns so geschaffen haben, dass wir dem Traum uns trotzdem so gut wie möglich diesen in der dementsprechenden Ebene vorhandenen Gesetzmäßigkeiten, entsprechend im natürlichen Rhythmusverhalten, so immer mehr zu einem liebevollen, gleichmütigen inneren Erleben kommen. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Es gibt zwischendurch, gibt es immer so Sprünge, so Mutationen könnte man das nennen, astrologisch vielleicht dem Uranus zugehörig, wo eben einmal eine Bewusstseinserweiterung stattfindet, ein durchdringenderer, ein tieferer Blick auf das, was ist. Und diese Sprünge sind da, aber den Prozess, das dann zu festigen und zu etablieren und zu integrieren, das kann ein teilweise jahrelang oder vielleicht sogar ein Prozess sein, der sich über verschiedene Leben entzieht, der aber dann als Prozess des zunehmenden Erwachens, der zunehmenden Bewusstheit, trotz möglicher Rückfälle zwischendurch oder Karma-Formationen, die an einen herantreten, ja letztlich ein unglaublich spannender und ein immer lichtvollerer, heilerer, ganzheitlicherer, verbundenerer Weg ist, der auf dem Weg ja alle unsere Ängste auflöst und alle unsere Wünsche befriedigt. Das ist doch mal eine schöne Vision. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald und tschüss.